Hallo und herzlich willkommen zu eurer neuen Runde Let's Player Battle Contest. Heute Kampf Nummer 5. Und zwar oben links Toxic Let's Plays, oben rechts Timo Rushed, unten links Ralf Finger LP und unten rechts Track Record Games. Viel Spaß beim Voten, seid fair, kritisiert, kommentiert und das Übliche. Tschüss! Tschüss! Tschüss!